Wenn wir jetzt über Wolfsburg nachdenken, ist es definitiv ein Endspiel, weil wenn Wolfsburg dann auf acht Punkte weggeht bei noch drei Aufgaben, dann wird es schwer Wolfsburg einzuholen, das ist klar, aber trotzdem ist es möglich Platz vier zu erreichen, weil je nachdem was Frankfurt dann in Leverkusen macht, kann da ja auch einiges passieren. In Bezug auf Wolfsburg, auf die Thematik, ob wir dann Wolfsburg nochmal kriegen, ist es definitiv ein Endspiel und da sind wir sehr zuversichtlich, weil unsere Leistungen einfach sehr konstant jetzt waren in den letzten drei Bundesligaspielen, dass wir da morgen weitermachen können und auch morgen ein sehr gutes Spiel zeigen können und dann, wenn wir morgen ein sehr gutes Spiel zeigen, dann ist die Chance groß, dass wir morgen nur noch zwei Punkte in der Wolfsburg sind. In der Tat machen sie es sehr gut in dieser Saison, sie sind eine gut strukturierte, körperlich starke, robuste Mannschaft, die, wie ich finde, jetzt keine Überdinge in ihrem Spiel macht, aber sehr diszipliniert und sich auf die Stärken besinnt, die sie haben und das versucht umzusetzen. Sie profitieren sicherlich auch davon, dass sie wenig Doppelbelastung oder keine Doppelbelastung hatten, aber man muss ihnen wirklich ein Kompliment aussprechen, sind eine der Überraschungen in dieser Saison.